Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mit der Nummer 0059 und dem Dienstag, 21. Februar 2017. Wieder mal gestern dieses Datum. Irgendwie kriege ich das so mitten in der Nacht, morgen früh nicht richtig in mich rein. Aber heute stimmt's, 21. Februar, Dienstag. Ich hoffe es zumindest. Heute habe ich folgende Themen für euch mitgebracht. Zum einen die Hologram Barbie, Linux 4.10, Amazon, Status, Epson, Echo, Pixarenabox, HTC, Apple, 1Password, Telegram, Microsoft HoloLens, Stiftung Warentest und Spectacles. Ihr merkt, ne knappe Minute ist schon rum und ich habe erst die ganzen Themen angesprochen. Ja, heute gibt's einiges an Themen, aber ich glaube, die kriegen wir alle relativ schnell durch. Amazon Echo bekommt Konkurrenz, zumindest wenn es um die Kinderstube bekommt. Komisch. Ich habe bis jetzt noch keinen Alexa in der Kinderstube gesehen, obwohl meine spielen ja auch mit der Alexa rum, aber haben keinen bei sich im Kinderzimmer. Auf jeden Fall will Barbie, also Mattel, der grosse Konzern, seine Barbie oder will, was heisst das will? Sie haben eine Barbie mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Wir haben einen Artikel von Golem.de verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Die Dame, die das Ganze vorgestellt hat, ist, glaube ich, selber nicht so ganz überzeugt. Irgendwie geht das Ganze doch sehr träge und langsam. Aber ja, es kommt Spiel in die Sache mit den Sprachassistenten. Übrigens, da gab es auch ein Durcheinander. Die Sprachassistenten-Folge ist auch schon draussen. Wer sie noch nicht gehört hat, im Mutter-Podcast verlinkt. Bei uns jetzt hier in den Show Notes. Gut, Linux 4.1. Was haben wir da? Da gab es einen neuen Kernel-Update. Zum einen ist ein neuer Schlafzustand integriert worden. VGA-Path-Through und Rückler-Vermeidung sind unter anderem die grossen Dinge, die daran gearbeitet wurden. Natürlich noch einiges Kleines und Weiteres. Was das genau ist, könnt ihr im Beitrag nachlesen auf daily.geektalk.ch. Amazon plant anscheinend, einiges an neuen Stellen hier in Europa zu schaffen. Nein, sie kommen nicht in die Schweiz, aber die meisten der 15.000 Mitarbeiter, die sie neu anstellen möchten, kommen in irgendwelche Logistikzentren. Diese werden vor allem in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Grossbritannien gebraucht und ausgebaut. Also ihr dürft euch freuen, könnt bald noch mehr darüber bestellen. Ja, Marc Zuckerberg hat es ja zum Snapchat-Menschen da, dem lustigen Chef, dem Jungen, gesagt, dass er ihn zerstören wird. Hat auch schon in Facebook, in den Messenger und überall ein bisschen solche Snapchat-Klones eingebaut. Jetzt greift er in die Vollen, denn auch bei seinem kleinen Schwesterunternehmen, also bei WhatsApp, kommt jetzt ein Snapchat-Klone mit rein. Ein Status nennt sich das Ganze, bekommt unten ein neues Tab, kommt in den nächsten paar Tagen online für euch. Und jetzt könnt ihr auch über WhatsApp 24 Stunden lang Bilder teilen, also Bilder, die 24 Stunden leben, teilen. Wer das möchte, der soll da dann seine Bilder teilen. Ja, der Druckermarkt. Wann habt ihr das letzte Mal gedruckt? Der läuft nicht immer ganz so oder nicht mehr ganz so oder anders, wie genau das der läuft, vor allem auch hier auf die Schweiz bezogen. Giordano Stici, ein Interview gegeben zum Druckermarkt und der Entwicklung, zumindest hier in der Schweiz, auf Epson bezogen. Spannendes Interview, müsst ihr euch mal durchlesen, wenn euch das Drucken interessiert, ist bei uns in den Daily Show Notes verlinkt. Wir kommen zurück zu Echo und zu einem Gerücht, was es immer wieder gab, sprich wir hatten es auch schon mal Ende des letzten Jahres in der grossen Folge der News, dass Amazon neben den beiden hier bestehenden und insgesamt drei Echo-Produkten noch ein weiteres am Arbeiten ist, quasi ein Premium-Gerät. Und das soll mit einem Touchscreen daherkommen. Das heisst, in Zukunft kann man mit der Alexa nicht nur quatschen und sich austauschen, sondern auch noch sie betatschen. Ich bin mal gespannt, was da genau kommt und ja, ich bin richtig happy mit meiner und bin schon gespannt, was ich da als nächstes für lustige Skills hinzufüge. Von Gerüchten gehen wir über zu Geschichten. Storytelling ist ja so das grosse Wort oder die grosse Geschichte, nicht nur in der Werbung, sondern überall ein bisschen. Und einer der grossen Storyteller auf dieser Welt ist sicherlich Pixar, also die Animationsschmiede aus dem Hause Disney mittlerweile. Und die geben so eine kleine Online-Gratis-Lektion, wie man Storytelling betreibt. Also all die Leute, die uns hier zuhören, im Bereich PR unterwegs sind, Blogger und alle möglichen anderen Menschen natürlich auch, solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, ist das sicherlich nicht ein verkehrter Weg. Ja, HTC hat wohl auch jemandem eine Geschichte erzählt, obwohl, nee, das haben sie ja in den letzten Jahren immer wieder gesagt, sie straffen ihr Sortiment, genau gesagt, meinen sie damit, sie wollen die Billig-Telefone aus dem Sortiment streichen. Also das, was irgendwie, glaube ich, oder zumindest gedacht hatte, doch mehr läuft als die teuren oder die grossen. Mal schauen, wie lange sie es durchhalten, bis sie es dann eben doch wieder nicht mehr ganz so streichen, wie sie es eigentlich hätten vorgehabt. Aber ja, Apple hat sich eine neue Firma gekrallt, ein Startup, RealFace nennt sich das Ganze. RealFace ist dazu da, also eine israelische Firma, die sich auf das Erkennen von Gesichtern mit der Frontkamera von einem Smartphone spezialisiert hat. Und da eben quasi das als Login-Schutz zu nehmen. Da dürfen wir gespannt sein, ob sowas in das nächste iPhone oder andere ähnliche Produkte einfließen wird, ob es den Fingerabdrucksensor unterstützt oder ob da komplett was Neues kommt. Wenn ihr da Ideen habt, dürft ihr das natürlich gerne weitergeben. Ich mag mich erinnern, vor ein paar, zwei, drei Jahren habe ich mal mein OnePassword verloren, weil ich das nicht über den Apple Store, also den App Store auf dem Mac OS gekauft habe, sondern direkt beim Hersteller, über so einem Bundle war das damals. Und es könnte sein, dass es nächstens wieder irgendwie soweit ist, denn die Zertifikate, welche die Hersteller nutzen, die laufen aktuell aus. Zertifikate sind dafür da, dass, wenn ihr nicht im Mac App Store einkauft und da gesicherte Software quasi euch aneignet, ihr doch einigermassen eine Sicherheit haben könnt, dass der Entwickler vertrauenswürdig ist und die App kaufen sollt. Würde mich jeweils überlegen, ob ich bei all den Apps zugreifen würde, aber bei OnePassword ist das sicherlich kein Problem. Ich hoffe, das kriegen sie relativ schnell in den Griff und die neuen Zertifikate dann auch implementiert, ohne dass ich wieder mein OnePassword verliere. Verlieren heisst dann wieder neu kaufen und das ist bei der App dann nicht einfach nur so ein Franken-50-Betrag, ist dann schon ein bisschen mehr. Telegram, ein Gruß an die Freunde der Reidingers. Wenn ihr hier noch zuhört, liebe Leute, schreibt mal laut Hallo oder schreibt einem Menschen auf diesem Twitter, würde mich doch interessieren, ob ihr noch da seid. Telegram hat auf dem Desktop oder einen Desktop-Client-Update bekommen und zwar auf der Windows-Seite. Da gibt es einiges oder einige neue Funktionen mit drin. Interessanterweise habe ich gelesen, dass das ja gar keine Universal-App ist. Das ist eigentlich der grosse Vorteil von Windows 10, dass man eine App für alles hat, für den Fernseher, also quasi Xbox für das Smartphone und so weiter. Weshalb sie das nicht machen bei Telegram, das könnt ihr da nachlesen beim Link, welchen wir hinterlegt haben in Richtung Dr. Windows. Dann haben wir noch was in Richtung Microsoft. Anscheinend beschleunigt Microsoft die Entwicklung der HoloLens. Überspringen will sie die Version 2.0 und gleich zu der 3.0 gehen. Mir ist eigentlich ziemlich egal, ob ich die Version 2.0, 3.0 oder was auch immer bekomme. Ich will nur endlich mal eine HoloLens besitzen, weil das Teil, das macht mich doch extrem neugierig. Für all diejenigen, die es interessiert, ich werde sicherlich in einer der nächsten Newsfolgen oder vielleicht auch in einer der Spielefolgen, kommt ganz auf den Content oder Kontext besser gesagt an, darüber berichten können. Denn ich werde Anfang März in München sein bei Microsoft und kann mir da die HoloLens mal ein bisschen genauer anschauen. Wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, unterwegs, Internet, zweite Klasse, gibt es ja seit kurzem bei der Deutschen Bahn nun auch WLAN. In Deutschland hat das die Stiftung Warentest oder die Stiftung Warentest-Organisation getestet und die sind mit relativ wenig zufrieden. Also wenn man 600 Kilo hat, irgendwie sind sie da noch ziemlich happy damit. Einen Film anschauen mit vermindeter Qualität? Nee, nicht meins. Aber ja, kann man sein, wenn man irgendwie, nee, da müsst ihr noch ein bisschen nachbessern. Für alle, die Snapchat nutzen, und das wäre mein letztes Thema, Spectacles, die Brille, die der Achim ja schon seit einem Weilchen hat und auch gemoddet hat, Testbericht folgt auf dem bocci.ch-blog, die ist jetzt frei verkäuflich, also frei im Handel käuflich zu erwerben. Ich glaube, jetzt habe ich das Deutsche richtig getroffen. Zumindest einigermassen, ihr habt mich verstanden. 129,99 in Dollar kostet das Ganze. Wer wird da zugreifen? Hände hoch, ich zähle nachher kurz durch. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Dienstag und wir hören uns morgen am Mittwoch wieder mit der ein oder anderen News. In diesem Sinne, viel Erfolg, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.